Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geheimakte Tunguska. Wir waren letztens hier auf Kuban gekommen vor dem Hospital. Hier entstehen die künftigen Meisterwerke der zeitgenössischen kubanischen Malerei. Ob diese zu Recht eher unbekannt sind, darüber mögen andere entscheiden. Ich frage mich, wozu eine so kleine und abgelegene Nervenheilanstalt einen Pförtner braucht, zumal es hier nicht einmal einen Parkplatz gibt. Wir werden es rausfinden, schätze ich. Schönen guten Tag. Ich suche das Sanatorium unter Palmen. Bin ich hier richtig? Ihnen auch einen schönen Tag. Ja, zumindest dem Namen nach sind Sie hier richtig. Dem Namen nach? Naja, mit Institutionen ist es dasselbe wie mit Parteien. Der Name ist nicht immer Programm. Wieso? Sind doch eine Menge Palmen hier. Ja, Palmen gibt es hier. Aber lassen wir das. Ich habe schon viel zu viel geredet. Wie kann ich Ihnen helfen? Nun kommen Sie schon. Was ist hier los? Was stimmt nicht? Gar nichts. Ich meinte alles. Ach egal. Also was wollen Sie? Schade. Ich suche einen gewissen Manuel Perez. Soll hier Patient sein? Ja, kann schon sein. Ich kenne die Patienten nicht. Gehen Sie vorne links zum Empfang. Da kann man Ihnen mit Sicherheit weiterhelfen. Und wenn ich Ihnen noch einen Rat geben darf, seien Sie vorsichtig. Was? Wieso? Nur so. Sie sehen so aus, als hätten Sie die Warnung nötig. Aber wie dem auch sei, ich muss jetzt weiter malen. Viel Glück! Sie malen während Ihrer Arbeitszeit? Ja klar. Wenn mal gerade nichts zu tun ist, male ich ein paar Bilder. Einige davon werden dann zur Dekoration in die Klinik gehängt. Ist denn so wenig zu tun? Was glauben Sie denn? Hier gibt's keinen Sommerschlossverkauf, wo sich Tausende bereits am Abend vorher anstellen. Ich bin jetzt seit zwei Jahren hier und Sie sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind Sie der dritte Besucher. Oh, was malen Sie denn so? Oh, eigentlich alles. Wobei, wenn ich ehrlich bin, ist alles nicht sonderlich viel. Irgendwann gehen einem die Motive aus, wenn man immer nur von einer Position aus malen kann. Ich habe mittlerweile sämtliche Palmen, Grashalme und selbst die Schmetterlinge in ihren unterschiedlichen Flügelstellungen gemalt. Allmählich wird's öde. Dabei habe ich extra langsam gemalt. Früher hatte ich ein Bild in 30 Minuten fertig. Heute lasse ich mir 30 Stunden Zeit. Nur, um möglichst lange das Problem des nächsten Motivs vor mir herzuschieben. Na, dann wünsche ich Ihnen... Was soll ich Ihnen wünschen? Wünschen Sie mir ein Unwetter? Vielleicht fallen ja ein paar Palmen um. Dann hätte ich mal ein neues Motiv. Ja gut, dann wünsche ich Ihnen ein Unwetter. Danke. Und wenn Ihnen ein tolles Motiv über den Weg läuft, dann bringen Sie es mit. Er könnte ja uns malen, aber da müssten wir ja so lange stehen bleiben. Das wäre ja auch nichts. Sie sagten vorhin, dass irgendwas mit dieser Anstalt nicht stimmen würde. Ich? Nein, das habe ich nie gesagt. Aber... Aber... Das Wetter ist schön heute, oder? Ja, wunderschön. Hab schon verstanden. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit Ihrer Muse allein. Danke. Ich warte immer noch auf den Kuss. Von mir oder von der Muse? Sowohl als auch. Dann wollen wir mal... Ja, gehen wir erst mal in die Eingangshalle, würde ich sagen, bevor wir uns im Hof umschauen. Wenn wir uns im Hof umschauen dürfen. Hier ist die Musik. Hier steckt eine ganze Reihe von Fachzeitschriften aus der Fakultät der Definitiven Relativität. Ich nehme mal eine mit. Die Auswahl erfolgt nach der erprobten Systematik des Zufalls. Man weiß ja nie, ob man... ...eine Zeitung braucht. Eine Einladung zum DIA-Vortrag. Traditionelle Herstellung von Zigarren. Eine Zeitschrift mit dem vielsagenden Titel Hier werden Sie geholfen. Eine Zeitschrift für Rhetorik. Schön. Kein Wunder, dass viele Männer Krankenschwesterfantasien haben. Mal gucken, ob wir ein bisschen mit dir quatschen können oder ob sie zu vertieft im Tanzen ist. Schönen guten Tag. Hallo. Ich suche einen gewissen Peres. Manuel Peres. Er müsste hier Patient sein. Kann ich ihn sprechen? Peres? Ja, der ist hier. Wer sind Sie denn? Ich bin Nina... Nina Castro. Besser, ich verrate nicht der ganzen Welt meinen Namen. Solange ich nicht weiß, wer hinter der Entführung meines Vaters steckt, ist zu viel Vorsicht immer noch besser als zu wenig. Tut mir leid. Ohne Sondergenehmigung kommen Sie hier nicht rein. Es wäre aber wirklich wichtig. Wichtig? Wichtig? Wirklich wichtig ist, dass ich meinen Job behalte. Und meine Gesundheit. Und natürlich mein überragendes Aussehen. Das ist wirklich wichtig. Ich verlange doch nicht von Ihnen, dass Sie ihn freilassen. Ich will nur kurz mit ihm reden. Hören Sie, Schätzchen. Seitdem Senior Gartuso hier das Sagen hat und diese Nicole Charles Roy als Chefin eingesetzt wurde, müssen wir alle sehr gut aufpassen. Massimo Gartuso? Dieser amerikanische Milliardär mit seinem riesigen Mobilfunkkonzern? Eben jener. Und auch in Kuba gilt, wer die Zeche zahlt, bestimmt was getrunken wird. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Die Musik ist ganz schön laut. Ja, klasse, nicht wahr? Hab die Scheibe ganz neu und höre sie seit drei Tagen rauf und runter. Die hält mich ordentlich in Schwung. Damit macht sogar das Putzen Spaß. Eigentlich wollte ich ja Tänzerin werden. Aber der Markt ist in dieser Region ziemlich überfüllt. Also musste ich halt eine neue Disziplin erfinden. Rhythmisches Putzen. Ich putze genau zum Takt der Musik. Hilft auch sehr gut gegen Müdigkeit. Vor ein paar Wochen bin ich drauf gekommen und perfektioniere seitdem meine Technik. Mal sehen, wenn das mit der Politik nicht klappt, werde ich vielleicht ein paar Kurse für Hausfrauen anbieten. Ich glaube, der Markt dafür dürfte ziemlich groß sein. Ja, ganz bestimmt. Massimo Gartuso kauft sich eine Irrenanstalt in einem verschlafenen Nest in Kuba. Finden Sie das nicht ein bisschen seltsam? Ich hab so meine Vermutungen, aber die behalte ich besser für mich. Kommen Sie, es könnte wirklich wichtig sein. Nichts ist so wichtig, dass man dafür so endet wie... Ja? Nichts. Meinen Sie nicht auch, dass rhythmisches Putzen eine großartige Geschäftsidee wäre? In dieser ganzen Anstalt passieren so viele seltsame Dinge, dass ich gar nicht weiß, wo ich mit dem Wundern anfangen soll. Ich hab so ein Gefühl, dass es hier um eine ganz große Sache geht. Leider sagt mir mein Gefühl nicht, um was für eine. Haben Sie Angst vor Ihrer Chefin? Ich? Wieso sollte ich? Ich hatte so den Eindruck. Der täuscht. Der täuscht ganz bestimmt. Die will doch reden. Ich muss sie nur noch ein wenig kitzeln. Die Chefin ist doch gar nicht da. Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen. Ja, das hat Pedro auch gedacht. Und dann... Und dann? Nichts. Lassen Sie mich in Ruhe. Diese Nicole Chalroix setzt die Mitarbeiter dermaßen unter Druck, dass die sich vor Angst fast in die Hose machen. Hoffentlich muss ich mich mit der nicht auch noch auseinandersetzen. Als ob uns irgendwas in diesem Spiel erspart bleiben würde. Sie sagten irgendwas von, wenn das mit der Politik nicht klappt. Sie sind Politikerin? Noch nicht. Die Betonung liegt aber auf noch. In zwei Wochen sind Wahlen und da will ich antreten. Als Politikerin? Ja klar. Spricht irgendwas dagegen? Äh, nein, bestimmt nicht. Und Sie rechnen sich da Chancen aus? Ja, ich denke schon. Ich sehe umwerfend gut aus. Und 20% der Wähler habe ich schon, sagen wir mal, überzeugt. Oh. Aber ich will ja nicht nur eine von vielen sein. Ich will Bürgermeisterin werden. Leider fehlen mir dafür noch ein paar Stimmen, aber die werde ich schon noch kriegen. Wenn ich nur wüsste, wie... Ach, Bürgermeisterin soll es gleich sein. Wie bescheiden. Wie ist denn Ihr Wahlprogramm? Wahlprogramm? Liest doch eh keiner. Problem ist nur, dass ich nur noch zwei Wochen habe. und mir fehlen noch 120 Männer. Ja, das könnte knapp werden. Vielleicht sollten Sie es doch einmal mit einem Wahlprogramm versuchen. Ach, war es viel zu aufwendig. Und da interessiert sich eh keiner dafür. Ich müsste einfach mehr Leute gleichzeitig von meinen Qualitäten überzeugen können. Sie meinen... Tja, haben Sie eine bessere Idee? Ich werde mal überlegen. Wenn mir was einfällt, sage ich Ihnen Bescheid. Okay, so kann man natürlich auch Wähler gewinnen. Ich verlasse Sie dann mal wieder Ihrem Huftschwung. Können wir den Durchgang nehmen? Die Frage. Das ist auch nochmal ein Durchgang. Zutritt nur für Personal. Hier können wir allerdings rein. Der Pfortner scheint diesen Raum als Zwischenlager für seine Gemälde zu nutzen. Die dürfte etwa vier bis fünf Dioptrien haben. Der Besitzer müsste demnach ohne diese Brille überall gegenlaufen. Dann schnappen wir sie uns. Die neueste von Toktik produzierte Scheibe liegt drauf. Coole Nummer. Der ist so süß. Um da hinzukommen, müsste ich durch das Kartenhaus durch. Und dann wird es hier wohl ein Gemetzel geben. Ach, Quatsch. Knuffig, putzig, schnuckelig und zum Knuddeln. Ein Kopiergerät. Um da hinzukommen, müsste ich durch das Kartenhaus... Ja. Das ist ein sehr schönes Kartenhaus. Das gibt bestimmt eine Menge Arbeit drin. Ich lass den Typen mal lieber machen. Solange er beschäftigt ist, kommt er wenigstens nicht auf dumme Gedanken. Wie etwa der armen, kleine Mina ein Ohr abzubeißen. Hallo. Hübsches Kartenhaus bauen Sie da. Ja? Und jetzt Ruhe, sonst fällt das Ding wieder zusammen. Diese Anstalt macht einen etwas, nun ja, seltsamen Eindruck. War das schon immer so? Können Sie mir ein bisschen was erzählen? Vielleicht ist Ihnen was Besonderes aufgefallen. Klar kann ich, aber ich will nicht. Sonst geht es mir wie... Ach, egal. Nein, ganz und gar nicht egal. Sonst ergeht es Ihnen wie wem? Wie es Leuten halt so geht, die zu viele Fragen stellen. Den Kopierer kann ich nicht zufällig mal kurz benutzen, oder? Doch, klar. Zerstören Sie mein Kartenhaus. Nehmen Sie mir meinen Ruhm, meinen Stolz, den letzten Rest meiner Selbstachtung. Das Fünkchen Hoffnung in meinem tristen Alltag. Das bisschen... Ja, ja, schon gut. Ich werde einfach warten, bis Sie fertig sind. Nicole Charles Roy, die ist doch hier die Anstaltsleiterin, oder? Ist... Ist sie hier? Nein, ich glaube nicht. Puh. Jagen Sie mir nicht nochmal so einen Schrecken ein. Haben Sie Angst vor ihr? Ich? Nein, natürlich nicht. Shee hatte auch nie Angst. Andererseits, Shee hatte es auch nie mit psychopathischen Wissenschaftlern zu tun. Was meinen Sie damit? Oh, nichts. Gar nichts. Sie sehen ein bisschen verbissen aus. Kriegen Sie Geld für dieses Kartenhaus? Geld? Nein, kein Geld. Aber Ruhm. Ich werde es meinen Vorfahren gleich tun und in die Geschichte eingehen. Als Kartenhausbauer? Ja, auch Shee hat mal so angefangen. Shee? Shee Guevara? Nein. Chevrolet. Schon gut, habt's verstanden. Ich gehe ja schon. Okay. Ich muss mich sowieso beeilen, bevor das Erdbeben wieder einsetzt. Erdbeben? Ja, jeden Mittag. Kurz bevor ich das höchste Kartenhaus der Welt vollendet habe, kommt ein Erdbeben und macht alles wieder kaputt. Aber dieses Mal werde ich es schaffen. Okay. Passen Sie auf, dass Ihr Kartenhaus nicht zusammenbricht. Ja, passen Sie auf, dass mein Kartenhaus nicht zusammenbricht. Netter Kollege. Er macht mit seinem Teddybärenhemd einen merkwürdigen Eindruck. Ich weiß nicht warum, aber er macht mir echt Angst. Dann gucken wir mal, was im Ruf ist. Auch nochmal ein Arbeiter. Er macht gerade Pause. Völlig untypisch für einen Bauarbeiter. Und wir machen hier erstmal eine kurze Pause. Ich bedanke mich für das Zusehen. Lasst ein Like und Subscribe da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.